so servus grüß ich grüß Gott aus der Gapia am Start heute mal mit Black Ops 2 meine lieben Freunde mit dabei der Kalos Halloo dann noch der Benjamin los und äh, der Handy wenn er mal was sagt jo aaaah und dann noch ein gegnerischer Teamer Daniel hihihi der sagt, lol, der war nicht drauf, das glaub ich eigentlich der, der sagt, dass man wirklich nicht und tot, Alter, läuft bei mir, 0-2 ach doch, feindlich boah, lex ich hab bei mir lex oh, der Handy ist vor mir tatsächlich mit der Waffe ja, sehr, sehr gerne oh, mein Handy vibriert, hm oh, ich bin vor dem drauf und ich kassiert trotzdem ok, wir sollten vielleicht mal B einnehmen in der Zwischenzeit zählich A wenn ihr alles zu A und zu B geht, dann muss einer bei A bleiben und da geht auch direkt aus und da geht auch noch weg und da geht auch noch weg es ist ich bin ich bin ich bin doch wieder meine Skorpion die und und es kam mit 8 F.A.L. schon der Daniel, wie weg ist mit dem wie wir gehen und Brot war wertgedacht das ist dann wenn du lässt es dann auch wo für mich anrufen welch recht 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 Zeit abzuwenden na okay gut ich komme um die Ecke und bin schon tot jetzt gehen wir er sich hat wenn er lässt einfach auf unserem Kanal und jetzt haben uns mit dem Haus wenn ich will wenn ich will wie wenn ich will und das heißt wenn ich ich alleine ich bin in Berlin und jetzt sagt bitte dafür dass wir behalten dass wir sagen ich bin dabei ich bin dabei wir sind dabei uns zu verlieren tot und ohne Weg was soll los alter was dabei ich bin dabei ich bin dabei mit der den da geht den Daniel zwei miteinander mit der cap weggeholt verwendete drohnern er sich oh reaktion und die 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 ich bin ich bin dabei wir sind dabei uns zu verlieben und erläutern Daniel ohne die Hälfte die Hälfte bestimmte Verzweifel gerade mit 3 7 bei der Weißer Mauswassungs die GmG-Team von uns sind die Befragung leitet auch Blüttemberg am Start muss man kurz raus und meine techniker dabei habe und ich weiß auch was mit karls passiert ist tatsächlich dabei hatte einfach einmal so an der kiste gehabt ich bin dann hatte ich zu warm weißt du es nicht mehr ah mit kiste es war mir ja wohl technik und wissen was ich habe ich habe es kommt noch nicht die Kammer nicht platzieren 2 die Wissen haben kann ihn platzieren was so er auf den Dingen es sieht aus wie er sich die erste Runde gewinnen ja er hätte ich noch einmal es kommt meine Mutter die Zeit 3 3 gilt sich nicht auf die Zeit geachtet um 3 weil ich möchte ich habe die Zeit geachtet also das nächste Mal die Zeit gilt wenn es kommt und nicht Leute guckt Mainz-Kohreter hat er es geht was geht dann los bei euch eine Art von Nordrhein ist das wichtigste 109 bei mir da oben sogar alle feine Kicke 179 ich bin jemanden und schluss ja weil sie ausfällt da hat er ja zu gehen einiges betrifft das ist ein Grund auf jeden Fall von Helikoppen und ich habe dann der Ereignisse der Noob-Klein so wie sich das gehört wir schreiben die gleiche Hälfte denn sie seid immer leise oder so kommt schon gleich Zeug oder so K und wie muss er auch begehauen wenn er machte danach einen Verlängerung was er noch länger um okay wo ist ein Sniper ich nie ein bei den Tod dann genug damit er erklärt ich habe gesagt wusste kommt was zurück das war erstmals um Prozent zwei Stück auch bei uns im Böckchen immer da die Läden in welchen 3 10 Euro und auf der Seite wurde überschießen kannst um da kommt gleich einer raus wenn sie sich allein er hat den Ruhigen oder sind oder das hat er er hat er war so schlecht ich habe den damen weg geholt er hatte gekämpft ich habe keinen gekämpft ich habe geholt c ist mir egal solange wir immer zwei haben ist das gut alpha das ist nicht gut leute dann hätte ich nicht gespeckt womit mit der snype oder mit der snype dann ja die chance voll er ließ der b-dass das doch wie für die aus und so erinnert kb-säcker aus ich glaube da kommt das einer bei uns übern es fort und die Vorredner der Wäscher wieder vor wie der Kugel was er ist und das ist auch ein umgekehrt nach oben ohne gehen so kommt unter Luft verbündet der Konterdrohne nähert sich was sie jetzt ohne vorwärter gekriegt oder? ja mit und einem ohne oh jetzt kommen wir fangen wir mit C4 wieder oh das war ein geiles Gespür hier hey komm kommen die zu den 200 Punkten und schaffen das auf jeden Fall noch ne da war ich eigentlich direkt drauf ja ich bin ein Jumpshot-Boot stimmt gut so scheiß egal ob du Jumps du hast nur Dropshot so kann boah das mach ich in Both viel zu viel ich auch äh Dropshotten aber wirklich die ganze Zeit aber in Black Ops meist gar nicht in Black Ops auch nicht weil ich da Angst habe ich wenn ich sprinte dass ich da halt noch mal in der Zeit muss auch gucken die kommen unten lang da habe ich jetzt ganz einfach gesehen alter Hauptsache das haben wir so gut gewonnen wenn wir jetzt B wenn A wirklich gesaved bleibt und B auch das war schlecht informieren das war schlecht ich habe versucht B zu gehen kannst du dir ausrechnen in der guten Kopfrechner du kannst du nicht alle 10 Sekunden die Anzei der Punkte an die Bisse ach so okay vor der wagen immer noch aufschießen der 5g ja ist okay ganz gut einfach sagen dass ich ich kassier jetzt nur noch ich weiß Daniel hat mich wegge- Daniel hat mich weggesnickt ja ok verlieren können wir noch nicht mehr das ist so deutlicher als wir dann schön lassen ist einmal in den Popo geschossen tot wie ich am ende da noch abgegangen bin das ist doch gekommen es ist doch gekommen doch sehr gut wenn ich nicht nur ein das ist wirklich ein gutes Spiel der E-Lehrer 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 Staatsanwalt er hat sie alle über zwanzig gibt es es ist eine Rechte so Daniel hat er damit um 9 16 Ich bedanke mich bei euch allen und ich bitte darum, dass Handy nochmal das Schlusswort übernimmt. Tschüss. Also sag tschau Leute. Awesome, tschau.